Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks mit dem Alisson Burger. Heute haben wir das Thema Payday 2 und zwar nur in einer recht schlichten Form. Das Thema ist sehr, sehr klein, nicht sehr groß. Ich habe nur sehr wenig dazu zu sagen. Also wenn wir da jetzt kein großes Schnickschnack-Video drum machen, tut mir furchtbar leid. Nächste Woche wird es da wieder was Größeres geben. Und zwar möchte ich euch heute nur kurz erklären zum Stealth-Mode. So, und zwar habe ich hier mal eine kleine Stealth-Klasse erstellt, damit ich euch mal zeigen kann... Ja, also wir können euch jetzt mal hier zeigen, wie ich an eurer Stelle eine Stealth-Klasse zusammenstellen würde. Und zwar würde ich an eurer Stelle den Bogen benutzen. Momentan habe ich nur diesen einen Bogen freigeschaltet. Man kann, soweit ich weiß, auch noch hier mehrere Bögen freischalten. Die haben dann aber einen deutlich... Ja... Einen minimal schlechteren Tarnwert, also der hat 29. 29, der Bogen hat 30 an Tarnung. Die Bögen machen aber deutlich höheren Schaden, also... Da kann man sich überlegen, welchen man reinmachen möchte. Das ist vollkommen egal. Das wäre dann schon mal zur Hauptwaffe. Die Hauptwaffe hat einen Bogen, ich würde sowieso nicht viel rumballern in Stealth-Mode, also... Scheißegal, da würde ich die Gruber Pistol reinmachen, also eine Tarnung von 30. Ich habe mir eine Modifikation, nochmal zwei abgezogen. Also mal gucken, Waffe ansehen. Ja, ich habe einen Schalldämpfer drauf geballert. Also Schalldämpfer immer ganz wichtig. Der sollte immer vorhanden sein. So, Knife ist eigentlich scheißegal, was für Knife ihr da nehmt. Möglichst eins, dass er eine recht hohe Tarnung hat. Also jetzt... Okay, der geht auch noch. Die Faust ist natürlich am besten, macht natürlich aber keinen Schaden. Hier haben wir es mit 26. Das wäre natürlich nicht so optimal. Ja, das mal kurz durchgucken. Okay, haben wohl alle recht hohe Tarnwerte, also geht das vollkommen in Ordnung. Ich würde aber irgendeinen Knife nehmen. Und hier mein Kunai-Knife ist ja recht praktisch. So, an Granaten würde ich euch nicht den Molotow-Cocktail empfehlen, sondern eher das Ding. Leise und... Jo. Macht sehr, sehr hohen Schaden. So. Als Klasse haben wir also Charakters natürlich scheißegal, was ihr habt. Maske eventuell auch. So, ECM. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr auf ECMs gilt. Ihr könnt natürlich auch die Mine mit reinnehmen, die ihr dann im Sensor-Modus benutzen könnt. Aber wenn ihr alleine spielt, den ECM mehr zu empfehlen. Zu zweit könnt ihr noch den zweiten Kumpel mit hier Mine ausrüsten. Natürlich keine Panzerung. Set. Ich habe hier... Du hast immer hier Drahtzieher habe ich momentan drin. Ich würde euch aber empfehlen, auf den Geist zu skillen. Drahtzieher kann man machen. Ich habe jetzt keine Stealth-Cluster zusammengestellt, sondern in Wirklichkeit. Sondern ich bin halt momentan in meinem Prestige auf Kommando gegangen. Aber wenn ihr Stealth spielt, geht auf jeden Fall auf diesen Baum hier. Und danach skillt ihr den hier mit der Mine. Dass man den hier... Ja. Einfach platzieren kann. Und schnelleren Bohrer habt. Und bla bla bla. So, was haben wir hier? Ähm. Hm. Hier könnt ihr am besten den Spion nehmen. Oder so in der Art. Hört sich das auf jeden Fall so an. Ja, dann müsst ihr mal gucken, was euch am besten gefällt. Einbrecher kann man auch nehmen. Mösser mal hier. Und hier. Hier haben wir einen Crew-Boss noch mit drin. Also dann nehmt ihr am besten das, worauf ihr euren Spielstil am besten anpassen könnt. Und jo. Das macht keinen großen Unterschied mehr. Na. Das war's schon. Jetzt hab ich euch mal kurz gezeigt, was ihr am besten mitnehmt, wenn ihr Stealth spielen wollt. Ich hoffe, ihr hattet kein Problem damit, dass jetzt kein großartig animiertes Video war. War auch jetzt, glaube ich, relativ kurz von nur 4, 3, 4 Minuten. Aber die Zeit hat eine Rolle gespielt. Und. Dann kam auch noch dazu. Thema war nur sehr klein. Aber nächste Woche wird es wieder, ich sag mal, besser, größer vorangehen mit The Elder Scrolls V Skyrim. Und da werde ich euch schon mal verraten, was ich da mache. Ich werde euch zeigen, wie ihr am allereinfachsten und besten modden könnt. Jo. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss.